Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück bei TechTown. Guten Tag. Hallo. Heute machen wir ganze Dinge. Wie zum Beispiel eine Query bauen eventuell. Du hast recht, Freund. Manche Blöcke verschwinden. Und mich an Stromnetzwerk anschließen, damit ich auch mal Strom habe. Ich muss mal oben gucken. Gefühlt in 60.000 Folgen. Hat jemand noch Glasfaserkappels? Nein, nö. Ich hab gar nichts. Das sind ja voll die Noobs, ey. Du hast mir glaube ich meine letzten weggenommen. Hast du Glas? Ich? Ne, Hangman hat. Ich hab Glas, 18 Stück und sauviel Sand. Aber ich kann es nicht braten, weil ich keinen Strom habe. Ja, tu es mal bei mir in Induction für uns, dann kann ich dir Glasfaserkabel hochlegen. Ja, warte. Wo kommt ihr das Kabel hoch? Äh. Ich mach an der hinteren Seite einfach. Achso, da unten. So, ich muss mal gucken. Wo hier das scheiß Kabel lang läuft? Ah, hier. Okay. Das ist ein... HV-Kabel... Ne, ein MV-Kabel. Ah, hier geht hier auch noch. Glasfaserkabel lang. Ist ja super. Schön verschwenden. Reicht? Ja. Aber wir haben es ja. Natürlich. Ach. Mach mal eben... So ein Low-Voltage-Converter und ein MFE. Äh, ja. Zwei Kupfer, Kabel, E. So. Äh, dann... Wo muss ich denn hier rüber gehen? Ach, da hinten. Verdammt, ich brauch vier Diamanten für das Teil. Ich hab noch 11 in meiner Gold-Küste. Die darf ich sicherlich nehmen, oder? Oh, danke. Äh, äh. So, wo soll ich denn hoch... Gefühlt der Pikmin einfach gerade... ...die Lava-Dingens hoch? Da muss ich ein Screenshot von machen. Wo soll ich die... Äh, das Kabel hochlegen? Äh, weiß ich nicht. Ich muss eben... Äh... Erstmal... Ich muss erstmal meine Metall lernen. Mein MFE muss ich erstmal bauen. Aber mach mal irgendwie an der Seite, oder so. Hab ich noch Kies hier irgendwo? Kies, Kies, Kies? Hab ich nicht. Ich... ...dammit. Jetzt fehlt mir Gold, ey. Gold kannst du auch ein bisschen von mir, ne? Was ist das Scheiß-Mining-Drill so schnell sein muss? So... Ja, hier unten würde ich jetzt ankommen. Oh... Was, wo? Wo unten in deinem... ...haus. Äh... Ja... 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 Ja, ok, mach mal... Der war Gold. Haben wir noch Peace Fips? Nee. Sonst würde ich den schon benutzt haben, um den Weg zu pflastern. Da ist nämlich auch schon eine kaputte Stelle. Ja, jetzt sind mehrere kaputt stehen. Creeper? Nee, nee. Ich hab was verlegt. Ach so. Naja, wo müssen wir dann noch fixen? Ja, die müssen wir dann noch fixen. Aber wenigstens geht schon mal das Stromkörper nach oben. So, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt, glaub ich, der Raum da hinten. Wo ich die ganzen Maschinen reinstelle. Das ist MV, was da ankommt, ne? Damit du Bescheid wirst. Ja, ja. Ich hab's jetzt schon umgewandelt. Ich brauch aber erstmal... Hier. Ne? Ah ja. Ja. Genau. Kannst du mal sehen. Äh, ich brauch Kabel hier hoch. Ich hab gar nichts. Ne, ich hab wenig. Also, wie gesagt, ich mach jetzt erstmal die Crurry an, damit die mir erstmal ein bisschen was ausgräbt. Ich glaub ich hab mich auch verlaufen. Scheiße. Aber bevor ich die Crurry anmachen kann, muss ich auch das System erstmal fertigstellen. Damit da was ist, was die ganzen Items auffangen kann. Kann mir jemand nochmal die Koordinaten sagen. Von wo? Vom Portal. Äh, ich bin grad ein Genierter. Ich auch nicht. Lul. Ja, warte. Ich geh hin. Ich bin so fucking verwirrt, Alter. Was, was, was macht ihr denn eigentlich die ganze Zeit? Wie lang? Scheiße, mein Jetpack ist auch gleich leer. 930, 651. Das ist alles. Und 50 hoch. Okay. Ich such dich mal. Lauf am besten so viel du kannst. Das ist witzig. Ah, da unten ist es. Mein Jetpack ist alles. 3500. Mal gucken, ob das noch reicht. Ich komm, ich hab's, ich hab's. Ich seh dich schon. Hoffentlich fällst du genau jetzt in die Lava. Oh, schade. Ich hab mich so tot geärgert, Mann. Ich hab mein Headset in die Wand geworfen. Nein, das brauchst du noch. Nein. Mach zu scheiße, jetzt kommt der Sand runter. So. So. Jetzt bringen wir erstmal alles aus Stein hin. Weil's erstmal schön aussieht. Erstmal schön aussehen, das ist erstmal wichtig. Okay. Okay. What? So, hier hinter müsste es ja eigentlich auch noch lang gehen. Ich nehm mir mal deine Glasfaser-Kabel-Flips. Hab ich noch welche drin? Bio. 24. 25. Mal gucken, ob das reicht. Glaub ich aber nicht. Nee, nie im Leben. So. Rotary. Meserator? Maschinenblock. Ja. Ich brauch nur einen zweiten. So. Musst du mit einem Redstone-Signal dann powern, ne? Damit er geladen bleibt, sozusagen. Das hab ich schon mal. Doch. Es hat gereicht. Jetzt hab ich Strom. Ja. Okay. Dann haben wir wenigstens schon mal das. Auch wenn wir noch tausend andere Probleme haben. Ja. Fuck, man. Jetzt kommt der Wasser rein. Da. So. Ich hab das noch zu. Ich hab das noch zu. Ein Kieschen noch weg. Ey, hier ist ja Kies. Alicia Kies ist hier. Tööööööööööö. Tööööööö, war der gute. Ja, er ist echte. 웅 scheiss. щ첩. detectors. Ja. Ist das schön mit Strom. Da fühlt man sich gleich wieder so neu geboren. Oh, ich hab gleich die 10 Millionen vorank. Sehr gut. Ja, hier unten, also der MFSU wird nicht leerer. Kann ich jetzt schon mal so sagen. Das heißt, wir könnten sogar ungefähr zwei Queries betreiben gleichzeitig. Und warum machen wir das nicht? Weil ich momentan noch nicht mein System fertig habe, was die ganzen Items von der Query auffangen kann. Was aber in den nächsten paar Folgen fertig werden wird. Ja, wollen wir hoffen. Ich habe ja zumindest schon mal die ganzen Gänge hier hinter schon mal alle fertig. Wo der Strom dann langläuft. Und ich werde dann noch eine zweite MFSU bauen, weil ihr meine drei ja zerstört habt, einfach mal so. Das habt ihr ja drauf. Also im Sachen zerstören seid ihr echt... Wir haben nur zwei von den drei. Ja, damit das klargestellt ist. Also ich habe überhaupt nicht zerstört. Ich hätte die jetzt echt noch gebraucht, weil ich noch eine HV-Charting bin. Weil du mir nicht gesagt... Weil du mir nicht gesagt hast, dass da einer drin ist. Tja. Ne, das wusste ich ja auch nicht. Nein, ich meine das Rind. Ja, der ist recht. Hä? Was? Moment mal. Hä, wenn ihr denn dauerhaft an ist, zieht ihr denn auch dauerhaft Strom? War es der Query? Ne, der Rotary Mercerator. Ja, aber es ist ganz wenig. Aber meine Badbox bleibt jetzt vollgeladen. Ja, weil du hier Strom kriegst auf die Badbox. Hm. Mh. Mh, haben wir noch Stein? Stein. So langsam wird das mit den Leveln. Ich würde nochmal Bücher verzaubern, damit ich dann meinen Mining Drill verzaubern kann. Gibt es eigentlich auch noch so eine Erweiterung vom Fernance? Äh, ja. Induction Fernance. Induction Fernance. Oder du kannst halt Overclocker-Upgrades auch noch reinmachen, je nachdem, wie du möchtest. Kupfer, jetzt schon. Hab ich da noch genug Kupfer? Oh ja. So, jetzt, ich hole mal von oben deinen Laser und das Ganze, ne? Nein. Nein, ich meine, da ist drin. Hä? Ach so, ach so. Dieses Laser-Dingens da. Ja, ich komm eben. Ja, dann, oder hol uns mit, genau. Wo bist denn du? Äh, unten in meinem Keller. Ja, Moment. Keller-Kid. IC2, MV-Consumer, MV-Transformer. So, da. Okay. Liquid-Balance. Pups, du hast doch gesagt, du hast noch Robber, ne? Ja. Du kannst aber nicht alles. Nein, ein Slack vielleicht. Ja, das kannst du, das klingt plausibel. Legst du ein Ender-Bag? Ja, ja. Wenn ich den grad zur Hand hätte. Wo bist du das Rind? Wo bist du das Rind? Wo bist du das Rind? Hier. Wo bist du das Rind? Hier. Wo bist du das Rind? Ah, dankeschön. Wo ist die Bridge? Äh, ja, die baue ich gerade noch. So. Deswegen, es könnte auch noch einen kurzen Moment dauern. Wo wird die angeschlossen? Es könnte einen kurzen Moment dauern. Ach so. Ah. Ja. So. WC2NV-Konsumor. Maschinenblock. So. Braucht der Induction für uns auch einen Schalter? Ja. Ja. Okay. Also es braucht ein Redstone-Signal, um halt geladen zu bleiben, damit er auch immer einsatzbereit ist. Gut. WC-Producer. Stirling-Engine. Stone-Gear. Okay. Das können wir noch hin. Das geht ja noch. Oh. Ein Pisten. Ein Stone-Gears. Zwei Stück. Stirling-Engine. Und Gold. So. Meine Solar-Panel reichen mir für Meserator und Induction-Fernand. Okay. 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 Die geben mir ganz schön viel. Warum mach ich eigentlich nicht einfach mal den hier? So. So. Und jetzt noch Glas. Und dann hab ich auch die Energy-Bridge. Und dann hab ich meine Energy-Bridge endlich fertig. Und jetzt kannst du losgehen. M4-Consumer. Energy-Bridge. BC. Rind. Das Gold, was du grad verbraucht hast, hab ich gleich wieder drin. Welches Gold hab ich denn verbraucht? Du hast doch gesagt, dass du Gold brauchst. Hast du dir das überhaupt genommen? Ja. Drei Stück. Äh. Stellst du die, stellst du die mal hier hin? Den, den Laser und das Ding? Also nicht da hin. So. Äh. Hier so in die Ecke. Da hinten, genau. Der Laser braucht aber ne direkte Verbindung dazu. Ja, du, die Dinger stellst dir nebeneinander. Nur. Äh. Nur irgendwo da hinten in die Ecke halt. Damit sie nicht so direkt so stören. Wir könnten auch nur was hier in der Art machen. Ups. Was machst du? So und dann so. Ne Pipe. Ne, ne. Äh. Das ist dieser, das ist dieser Tisch hier. Jaja. Weiß ich schon. Das sind auch normale Transfer Pipes. Und da stellst du jetzt einfach, hier stellst du den Laser hin. Nein. Da. Genau. Und dann fängt er jetzt an zu arbeiten. So Redstone und äh. Warte, Gold brauch ich noch. Ja. Hat das Ding überhaupt ne Verbindung zum Stromnetzwerk? Noch nicht. So. Deswegen. Warte. Das muss aber cooler aussehen. So. Oh. Das muss ein weit. Ups. Weiß ich nicht. So Glasfaserkabel noch und dann haben wir es doch. Ja. Und dann läuft wenigstens schon mal das. Dann, dann kriegen wir die Redstone Chipsets. Und können uns demnächst. Wo ist denn mein Glasfaserkabel jetzt hin? Ich hab doch nicht alles verbaut. Oh nein. Ah lol. Doch du hast doch den Weg zu. Ja ja. Aber da hab ich ja nicht alles verbraucht. Oh strange. Egal. Ich äh. Machst du? Warte nimm Silber. Dann kriegst du mehr raus. Oh. Oh. Genau. Machst du? Jaja. Ja. Das reicht nicht. Äh. Hier muss das anschließen. Hier. Ja warte ich mach noch welche. Ich brauch eh welche. Für spätere. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hast du das Glas auch noch? Oh ja. Das Glas hab ich noch. Warte. Jep. Das ist gut. So. So. Und dann nehmen wir das hier dran. So. Äh. Hier raus. Okay. Ist ab. gut gearbeitet. Geile Scheiße. Ja. Äh. Die Pipes hier brauchst du noch nicht mal. Da stell mir einfach. Äh. Ich kann hier mal noch eine Crafting Bench entstellen. Naja. Aber sonst kommen die da einfach rausgeschossen. Ne, ne. Eben nicht. Wir stellen einfach. Ne Kiste daneben. Ja. Oder so. So. Die Redstone Golden Chips jetzt sind ausgewählt. Also ich brauch dann zwei Stück um das System einigermaßen gut hinzubauen. So. Wo hab ich jetzt das ganze Gold? Irgendwie. Das ganze Gold geht flöten auch. Ah. Haben wir da einen Golddieb. Wir sollten vielleicht noch einen zweiten Laser bauen. Ja. Ich kann jetzt zwei Sticks durchnehmen. Müssen wir nicht unbedingt. Also es muss nicht so schnell gehen. Achso. Ja dann. Ne, ne. Ich brauch nicht. Ich brauch nicht. Hups. Ich hab schon. Was will ich jetzt machen? Diamanten hab ich jetzt gemacht. Achso. Ich wollte jetzt die Black Hole Chess bauen. Oh ja. Ich nehm mir mal übrigens die Netterwarzen. Mach ich mein Feld nicht ab. Hast du noch Gold, Rind? Ja. Warte mal kurz. Bring ich dir Warte. Weil wenn du es von da unten hattest, dann brauchen wir für uns nichts zu geben. Ey, wo sind dann hier die ganzen Zombies und so? Ja, keine Ahnung. Ja, bei mir hier oben meine ich. Weil ich hab alles ausgeleuchtet. Na ja, krieg ich mal kurz den Schad auf Minium. Ihr liegt unten in meiner Kiste. Achso, okay. Also in der Crafting-Dingens. So, hast du? Ja, warte. Ich hab... So, wir machen nochmal eine Aufnahmepause. Wir haben 20 Minuten. Doch, nix. Ja. Doch, nix. Na gut, egal. Dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei TechTown. Tschüss. 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 Tschüss.